Ich stehe hier am Friedhof von Dölsach. In diesem Dorf Dölsach bin ich aufgewachsen. Hinter mir ist das Grab meines Vaters. Es ist geöffnet, denn heute Nachmittag werden wir hier die Urne meiner verstorbenen Schwester Brigitte bestatten. Brigitte ist vor acht Tagen verstorben. Sie hatte Krebs. Sie hat sich gefragt, warum trifft mich diese Krankheit? Und sie hat auch immer wieder gesagt, ich schaffe das. Ich bin bereit zu sterben. Ich vertraue, dass Gott mir beisteht. Brigitte ist auch durch dunkle Stunden hindurchgegangen und war manchmal verzagt. Und ich habe gespürt, wie der Glaube sie trägt, nämlich der Glaube zu wissen, Gott ist bei mir, Jesus ist mir nahe. Und wenn ich hier auf dieses dunkle Loch ihres Urnengrabes schaue, dann tröstet mich auch den Glauben, den Brigitte gehabt hat. Und ich denke da an die Worte des Psalms 23. Muss ich auch wandern durch finstere Schlucht? Ich fürchte kein Unheil, denn du, Gott, bist bei mir. branded wichtige Er free